und damit herzlich willkommen zurück zu hyperdimension neptunia wo waren wir genau so schickt mich jetzt nach leanbox ich gucke jetzt mal kurz immer noch was wo haben wir jetzt noch ein paar dazu bekommen station war wie gesagt eh nur noch pläne tune wieder schickt er mich eigentlich nach leanbox da ist so ähnlich zu kommen so wie ich gerade sehe egal wir machen erst mal die in die witte wälder machen wir jetzt monsters continue Ich weiß nicht, wie das ausspricht. The land of Louis, leaving the girl behind the party, adds to a new dungeon. Na ja, dann. Äh, wohl, die wissen, dass ich kämpfen kann. Das war ein Kompliment. Ja, sicher. Ich bin, äh, praising die Braverie, weil sie in der Kampf gegen Monster mit einer wunderschönen Syringe schützt. Du wirst mich definitiv schützt! Ohhhh... Was ist doch die arme Kompa anruhe, ey? Wie helfst du uns nicht? Sie können uns nicht heilen, ne? So wie du siehst, sehe ich doch so. So, machen wir es jetzt hier. Egal, geh mal rein. Was ist unsere Aufgabe? Was kommt? Dann wollen wir mal. Ich geh einfach mal vorwärts. Ich hoffe, dass wir etwas schönes finden. Äh... Was? Da oben, würde ich sagen. Das wäre jetzt meine Intention, dass es da oben wäre. W-Pleise zu treffen! Guck mal, was liegt so drauf an die Monster. Was haben die drauf? Nix! Das kennen wir gar nicht, ja dann ist es. Dann wollen wir sie mal an zeigen. W-Pleise zu heißen! Was ist das? Was ist das? Oh, ich bin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin. Ich bin. Äh, ja, ich hab gerade sprach nicht. Okay. Wir haben ihn. So, jetzt wollen wir mal kurz... 1400? Mann. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Wollen wir mal einfach mal raten. Vielleicht ist es... Ja! Äh, fast! Fast! Das war Millimeter. Ich hoffe, wir finden etwas schönes. 15x Reflex und 5x Detoxin. Jetzt müssen wir den Boss finden. Wir müssen schon wieder Kollegen finden, ne? Wir müssen nur mal den Boss finden, ne? Wir müssen nur den Boss finden, ne? Ja. Kommt! Warum darf ich nicht anfangen? Ja. 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 Ich muss hier machen. Ich muss hier machen. Ich muss hier rauskippen. Ich muss hier rauskommen. Komm, jetzt mach den Blatt, damit er eigentlich zum Zuge kommt hier. Oh, die Sendung würde ich nicht schaffen. Oh, also, mit einem Mal ausnoffen. Nur Flex bekommen. Und 1140 Erfahrungspunkte. Das ist Truhe. Da ist Truhe. Da ist Truhe. There was a true treasure. True treasure. Eine wahre Truhe. Wo könnte das der Boss sein? Äh, das ist ne komische Kamerastellung. So, krass. Na? Okay, gucken wir mal weiter. Hmm. Ne, das ist ja wohl glaub ich mir nicht so. Sieht sowieso nicht so aus. Ach, schon wieder diese Viech da. Oh, wohl. So. Das ist ja wohl. So, das ist ja wohl. Also, ich meine temporarily. Na komm, jetzt müssen wir doch endlich mal platt kriegen hier. Meine Fasse. Ach, wir haben sie alle drei platt. Wohl, auch mal Zeit. Er ist nicht schlecht, ja, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und... Aber geht's. Ja, wir können das gewinnen. Ja, wir können das gewinnen. Ja, gewinnen können wir es. Es muss nur ordentlich klappen. Irgendwas muss bei Compa anders sein. Wenn die nicht so viel Schaden bei den Viechern macht. Ich weiß, aber am besten will nicht was. Ist das ihre Attacken, die sie da hat, oder was? Nein, ich habe dich nicht gesehen. Wo bist du awesome? Nee, bist du nicht. Doch, bist du. Bist du awesome. Du bist cool. Du bist awesome. Okay, du blöööö. Ich komme um zu spüren. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Jeder, ich bin bereit. Ich bin bereit für den nächsten Ball. Ich bin bereit für die Die 2 hier, die wir mit links erledigen. Och, Chaos Edge. Klingt irgendwie... Ach, Chaos. Ich würde jetzt mal sagen... 80. Äh, Spectral Edge macht 60. Setz mal statt Spectral Edge Chaos Edge rein. Macht Spectral Edge, der macht Switch, den brauchen wir jetzt eh nicht. Chaos Edge. Chaos Edge. Da macht die Torsten... Wie sehen die Torsten... Putz mal statt, kommt der Torsten... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, lass mir das Was ? Da ist mein Budefeld auseinander Meine Bude fällt auseinander. Da muss ich vorsichtig sein. So. Müssten wir gleich alles haben. Gucken wir auf die Uhr. Auf die Zeit. Wunderbar. Hörerig. Will diesen scheiß Boss besiegen. Bisschen wir das mal finden. Hörerig. 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 So weit ich das weiß. Ah, da wollen wir mal! Komm her! Komm her! Duuuu! Hau bloß her! Er hat einen anderen Namen, also ist ein bisschen was anderes. Wurde bestimmt schwerer sein, oder? Oh! Oh, 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 da wird bestimmt wehtun. Das wird wehtun. W dachte ich... ... mehr und mehr... Ja, das tut definitiv weh. Als zuhauen kann, und das ist mal klar. Definitiv. Jetzt ist meine Chance! Das ist ein Böse! Jetzt ist meine Chance! Ich will nicht, wenn Sie mich nächsten Mal aufhören können. Das war schnell. Ich denke, wir werden besser damit. Lass uns zurück und spielen mit dieser Mädchen! Warte, ich sehe eine ähnliche Schau. Nepp, Kampa? Sieht so aus, dass wir ein bisschen überraschen müssen. Sieht so nicht wie vorher. Sieht so aus, als sie hier zu kämpfen. Sieht so aus. 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 Ach, nö. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, Leute. Ich muss euch jetzt hier erst mal vertrösten und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, vertrösten. Wir müssen hier erst mal cutten, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ciao.